SkypeShare eignet sich für die Behandlung Sport und diätresistenter Fettdepots. Dabei sind insbesondere Fettpolster im Bauch- oder Hüftbereich, aber auch im Bereich der Oberarme und Schenkel und sogar des Kindes gut zu behandeln. Es stellt kein geeignetes Verfahren zur Gewichtsabnahme bei stark übergewichtigen Personen dar, sondern ist für die Behandlung gut abgrenzbarer Fettansammlungen gedacht. Wenn zudem keine langen Ausfallzeiten sowie kein operativer Eingriff in Frage kommen und die Behandlungszeiten kurz sein sollen, ist die SkypeShare Behandlung eine empfehlenswerte Behandlungsmethode.